Neulich habe ich eine alte Freundin wieder getroffen. Sie hat mich gefragt, ob ich glücklich bin. Und ich höre mich sagen, alles super, bis auf Job und Geld. Da habe ich angefangen nachzudenken. Welche Möglichkeiten habe ich? Was will ich wann erreicht haben? Ich merkte, ich muss ein paar grundsätzliche Dinge angehen. Mich neu organisieren und lange aufgeschobene Entscheidungen endlich treffen. Jetzt arbeite ich nur noch halbtags im Architekturbüro, um Häuser für andere zu entwerfen. Nachmittags baue ich meine eigenen. Und bald vermiete ich sie auch. An Freunde und an solche, die es werden können. Ich wünsche uns mal ein Schöne. Ich wünsche mir die Gewöhnung. Nein. Tschüss. Hallo. 100. 20. 20. 21. 23. 24.